Die Hanse hat viele Gesichter. Entdecken Sie in einem kostenlosen Online-Kurs, wie Archäologinnen und Archäologen die Spuren der Vergangenheit erkennen, auswerten und interpretieren. Reisen Sie mit uns durch die Jahrhunderte und erfahren Sie dabei hautnah, was die Hanse zur beispiellosen Großmacht werden ließ. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Julia Seidel und ich werde so durch den Hansemuch begleiten. Was ist der Hansemuch und wer bin ich? Ich bin gebürtige Lübeckerin. Bereits nach meiner Schulzeit habe ich an Grabungen innerhalb von Lübeck teilgenommen. Mich hat die Geschichte und auch die Archäologie schon immer interessiert und fasziniert, weshalb ich mich anschließend auch für das Studium der vor- und frühgeschichtlichen Archäologie in Würzburg entschieden habe. Ich bin jetzt seit kurzem wieder in Lübeck und freue mich besonders, diesen Hansemuch mitgestalten zu dürfen und Sie mit auf unsere Reise zu nehmen. Was ist der Hansemuch? Wir präsentieren Ihnen verschiedene Videos, in denen Sie viele neue Informationen erhalten und Ihr Wissen festigen können. Moog bezeichnet sogenannte Massive Open Online Courses, Kurse im Internet, die kostenlos für jeden zugänglich sind. Einige dieser Kurse erreichen Teilnehmerzahlen von weit mehr als 100.000 Lernenden. Im Hansemuch erobern Sie gleich mehrere Jahrhunderte auf einmal. Ich freue mich auf Sie und ich werde Sie mitnehmen über Marktplätze, durch Gewölbe, in Kirchen und wir werden sogar den Teufel begegnen. Also begleiten Sie mich, kommen Sie mit! Der Hansemuch Der Hansemuch Der Hansemuch Der Hansemuch Der Hansemuch